Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Wir sind diesmal nicht auf Five, wir sind diesmal auf Hypixel. Wir spielen jetzt eine Runde The Walls. Zur Erklärung kurz, also ihr seht hier vier Bereiche, die beiden hinteren bauen sich gerade auf. Und es wird in vier Teams gemacht und die müssen sich halt gut ausrüsten, sich und dann am Ende sich schön betten. Ich frage mir jetzt erst mal ein bisschen Essen. Mein Team ist natürlich bloß aus drei Mann, ich und zwei andere. Natürlich, klar. Das ist meine erste Runde jetzt hier The Walls. Ich glaube, das ist bloß in einer Folge schon mal gesehen. Im Internet, auf YouTube. Ansonsten kenne ich das auch noch nicht. Gott. Gonziens. Nichts. 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 Ich glaube, da ist keinstrengesались. Hat er jetzt ernsthaft noch Holz? Alles blöde, ein Halbpixel. So scheiße am Laden manchmal. Ein Essen machen. Hören wir uns noch mal ein bisschen was an dem Baum hier. Und dann die Mondatare. Okay, die ist schon leer, der farmt. Der baut sich da runter. Ich baume mich da runter. Kohle, das ist schön. Mache hier die Wertwand mal hin. Mache uns die Steinhacke. Weil ich das Eisen hier haben will. Genauso wie viel Stein. Was will der Typ jetzt von mir? Oh Gott. Solche Nerven sehen immer. Das Beste ist es ja auch noch, wenn Leute aus einem eigenen Team immer irgendwie schön am Eisen fahren müssen. Und andere dann alles wegsnacken. Solche Leute soll es auch geben. So. Habe ich alle schon hier sehen. So. 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 Das war's für heute. 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 Okay, wir gucken, haben die eigentlich das in Sachen Höhen oder so gefunden? Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist natürlich geil, wenn er das kann. Das war's für heute. Was ja auch jetzt wieder redemäßiger kommt. Und dann kommen wir in den Wirt. Das war's für heute. 13, 24, 24, 24. Das war's für heute. 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 Aber, wie seid ihr zum Vocêsseister stirbt? Hm. Da ist einer. Alleine. Spaß. Achso, das ist der. Geil Diamanten. Ja, Spitzhacke. Oh, er hat doch so einen Trottchen. Warum kommt er mit hier hin? Das ist auch nicht kaputt. Die kaputt. Oh, da kommt einer zu uns. Okay. Okay. So, wo ist der Rote jetzt? Hier. Wird ich jetzt schön weiter die Dias fahren. Okay. Hallo. Okay, das war nicht gut. Nein, halbes Herz. Scheiße. Scheiße. Gut, das war am Ende ein bisschen schlecht von mir, aber das lohnt es ja nie der Beste sein. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. tschau. tschau, tschau. Tschau, tschau.